Bundespräsident Steinmeier ist im Vatikan von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen worden. Bei den Gesprächen ging es unter anderem um die Flüchtlingspolitik. Er sei sich mit dem Papst einig gewesen, dass das Verhalten der belarussischen Führung nicht zu billigen sei, Migranten ins Land zu holen und sie an die EU-Grenzen zu bringen, so Steinmeier nach dem Treffen.